Ich bin Marcel von Lovely Books und habe hier gerade die Session zu Social Reading gehabt. Wir haben einfach ganz kurz vorgestellt, was eigentlich Social Reading ist, ob es Lesen überhaupt sozial ist, haben über die verschiedenen Social Reading Funktionen gesprochen, die es jetzt schon gibt. Und dann habe ich Social Reading auch nochmal am Beispiel Lovely Books ein bisschen genauer gezeigt. Es war eher ein bisschen Vortrag mehr, Diskussion ist halt einfach bei so einem Thema, was noch recht neu ist. Es kam halt einige Fragen, aber wir haben eigentlich mehr Vortrag gemacht. Und ich fand es super.